Optionsspread am Ende der Laufzeit tief im Geld, was passiert? Die Frage habe ich jetzt mehrfach in den letzten Monaten gestellt bekommen und deswegen dachte ich, machen wir mal ein Video daraus. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen alle angehenden und aktiven Investoren. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau. Im heutigen Video sprechen wir wieder über Optionen. Wir schauen uns genau an, was bei Spreads eigentlich passiert, wenn diese ins Geld laufen. Deswegen springen wir mal direkt hier hin. Und ich habe auch noch ein kleines Schaubild hier offen, was vom letzten Video noch da war. Das können wir jetzt aber nochmal nutzen. Und zwar haben wir hier einfach einen Aktienkurs und hier haben wir die Laufzeitenoption mit einem Verfall. Und wir gucken uns jetzt im Endeffekt ja hier an, was passiert am Verfall, wenn ein Spread jetzt im Gewinn ist. Das heißt, was wir jetzt uns mal angucken können, wäre zum Beispiel, wenn wir hier oben einen Bear-Call-Spread haben. Also wir haben hier eine Call-Option verkauft und hier eine gekauft, haben also hier zwischen einen Spread. Wenn wir jetzt, also wenn jetzt mit der Aktie folgendes passieren würde, sie geht hoch und ist am Verfallstag, also hier deutlich im Geld, weil sie durch das untere und das obere hier durchgelaufen ist und da drüber steht. So, was passiert jetzt am Verfallstag? An sich ist es ganz einfach, denn wir gucken uns das Ganze technisch an. Jetzt ist unser Risiko bei solchen Spreads ja immer auf diesen Spread hier zwischen, beziehungsweise den Abstand zwischen diesen beiden Strikes begrenzt. Warum? Wir haben hier einmal die verkaufte Option und eine gekaufte Option darüber, sagen wir mal 500 Dollar, also 5 Punkte darüber. Und das heißt, wenn diese hier teurer wird, wird auch diese hier oben teurer. Die untere Option läuft gegen uns, die obere läuft für uns. Und dadurch ist es gedeckelt, wenn wir nachher keinen Zeitwert mehr drin haben. Wenn es jetzt zum Verfall kommt und wir diese beiden Optionen verfallen lassen, dann passiert nichts anderes, als dass die Optionen separat abgerechnet werden. So, das heißt, bei der unteren Option, die wird einfach ganz normal abgerechnet, die ist im Geld. Wir kriegen also 100 Aktien hier short eingebucht oder wenn wir die Aktien haben, ausgebucht. Und die obere hat auch einen Wert und deswegen wird die einfach im Geld ausgeglichen. So, das heißt, nichts anderes. Wir haben nicht am Ende der Laufzeit, dass irgendwie genau der Betrag des Spreads hier abgezogen wird, also das Risiko, weil wir ja effektiv in der Position einen Verlust haben, sondern jede Option wird einzeln betrachtet und einzeln abgerechnet und dementsprechend ausgeübt, wenn etwas sich davon auf das Depot auswirken würde. Schauen wir uns dazu auch gerne nochmal den anderen Fall an. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir hätten hier einen Bullput Spread, haben also hier eine verkaufte Option, hier eine gekaufte Option, haben also insgesamt einen Gewinn in der Position, weil der verkaufte mehr Geld bringt. Auch hier macht die Aktie nichts anderes, als dass sie hier durchgeht und zum Ende der Laufzeit hier im Geld ist. So, das heißt, hier schauen wir uns das Ganze an. Was passiert? Wir kriegen einmal hier 100 Aktien eingebucht und hier auf der unteren kriegen wir Geld. Insgesamt ist es also nichts anderes, dass wir hier einmal Aktien dann bekommen und hier auf der anderen Seite Geld, weil die Option im Gewinn ist und dementsprechend wurden die Optionen einfach nur komplett abgerechnet. Das heißt, sowohl bei solchen Spreads als auch bei noch komplexeren Positionen ist es immer das Gleiche, dass einfach nur am Ende der Laufzeit hingegangen wird und jede Option für Option einzeln abgerechnet wird. Wenn man also nicht möchte, dass man hier ausgeübt wird, zum Beispiel, dass man hier die 100 Aktien short eingebucht bekommt oder hier long eingebucht bei den Putz, dann ist es notwendig, dass man die Position vorher glatt stellt, dass man also eine Rückkauforder einstellt und das Ganze aus dem Depot wirft, weil dann wird natürlich nicht abgerechnet. Das muss natürlich vor Laufzeitende geschehen. Ansonsten kommt man nicht drum herum, weil es einfach technisch genau so funktioniert. Ich hoffe, das Ganze konnte die Frage klären. Wenn du jetzt mit Optionen noch nicht so weit bist, wenn du vielleicht noch einen Einstieg suchst und wissen willst, wie du vor allem regelmäßig und verlässlich Geld damit verdienen kannst auf monatlicher Basis und zusätzlich aber den langfristigen Vermögensaufbau nicht außen vor lässt, und das muss es auch nicht, ich kann dir versichern, das Ganze ist deutlich entspannter, wenn man es kombiniert, dann bewirb dich gerne noch hier auf ein kostenloses Coaching-Gespräch hier oben in den Infokarten oder unten der erste Link in der Beschreibung. Da kannst du dich einfach bewerben. Dann ruft dich jemand bei mir aus dem Team an und wir finden dann gemeinsam heraus, wie wir auch dir helfen können, genau auf dieses Level zu kommen, dass du genau weißt, was zu tun ist, um das Ganze für dich unabhängig von jemand anderem und unabhängig auch der Marktlage umzusetzen. Wenn das für dich interessant ist, dann bewirb dich gerne. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Fragen, wenn du sie haben solltest, gerne in die Kommentare, auch für zukünftige Videos und ansonsten bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.